einer der besten beispiele zurück zur konfiguration also wir brauchen halt eben den neuen tunnel den nennen wir jetzt auch einfach mal vpn to fritz oder so keine ahnung und habe ich mich verschrieben vpn to fritz listen port das ist der standard port 51 820 von wire guard und wir sagen hier bitte private key und public automatisch generieren jetzt kommen wir zum kleinen punkt was die fritz box eigentlich nicht kann was wir ihr aber jetzt gleich einfach beibringen und das ist das wirklich ein richtiges tunnel interface zu benutzen das kann die nämlich kann die aber selber in der oberfläche überhaupt nicht das geben wir jetzt aber mal vor und wir sagen jetzt einfach dass 10 100 punkt 0 24 in dem fall ich glaube ich muss eine 1 eintragen weil er das inter die interface id haben will ist unser tunnelnetzwerk nachher kann ich auch kleiner wählen mit nur 30 wer weiß noch was dazu kommt ich mache jetzt einfach 24 und damit ist zumindest unser feier guard server soweit konfiguriert also wir sagen einfach safe tunnel können apply changes sagen und damit ist zumindest der server schon mal da den peer fügen wir jetzt gleich natürlich hinzu wenn wir ein paar daten haben die wir jetzt gleich generiert haben aber bevor ich das vergesse als allererstes zwei sachen konfiguren ich vergesse nämlich immer wieder firewall aufmachen ich vergesse es immer wieder also wir gehen hin firewall neue regel sagen pass waren ipv4 udp war ja grad ist udp source ist mir erst mal egal und destination port range ist 51 820 und wir klicken auf safe damit ist zumindest schon mal der port offen das heißt unsere pakete landen nicht irgendwo vorne bei der feierwoll sondern dürfen halt durch die feierwoll durch nächster step dieses interface konfigurieren war ja gerade hat uns jetzt ein interface gegeben namens tun es gibt ja tun und tab interface erkläre ich euch jetzt nicht im ton interface für swagger da sagen wir jetzt fügen das ganze hinzu und das ganze hat namen bekommen und natürlich jetzt gleich von sony pi address also als erstes enable interface wg fritz nehmen wir das ganze einfach und wir konfigurieren ihm eine ip-adresse rein die 10 101.1 slash 24 damit wir auf der sicheren seite sind und das war's damit haben wir zumindest schon mal das interface auf der seite für den war ja gar tunnel schon mal ja wie soll ich sagen konfiguriert und wir müssen halt eben uns nur noch um die andere seite jetzt gleich kümmern nächster step der immer ganz wichtig ist ja auch immer super häufig vergessen wird ist in der feierwoll selber unter regeln gibt es jetzt einen neuen bereich und der neue bereich hat halt eben sozusagen den namen von dem war ja grad so da müssen wir jetzt zumindest meine regel eintragen dass unser war ja gerade irgendwas kommunizieren darf damit es jetzt einfach ist und ich kann es doch erstmal im ersten step wichtig denkt dran macht das dann wieder weg kann ich jedem empfehlen macht einfach mal ein any 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 damit ihr einfach kommunizieren könnt das ist erstmal nur der weg zwischen war ja grad und eure netzen das ist nicht von außen irgendwas oder so dass es nur intern deswegen ist es nicht so schlimm dass sie jetzt hier in any 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 macht erstmal aber trotzdem könnte man das dann nachher zu machen das ist wirklich nur der weg zwischen eurem war ja grad interface und euren eigenen netzwerk deswegen nicht so schlimm gehen wir weiter im schritt wir haben immer noch nicht immer noch nicht einmal die die fritz box angefasst und wir haben noch gar kein war ja grad vier angefasst das machen wir gleich zum schluss ich will einmal kurz die pfz fertig machen das weiß ich jetzt einfach weil ich einfach vorbereitet bin in dem fall ihr seid auch vorbereitet weil ihr könnt ja genauso machen will ich also system dagegen erzählen und müssen mal so ein kleines routing anpassen wir müssen der pfz nämlich sagen was ist denn nachher das netzwerk hinter der fritz box das müssen wir der nachher sagen das heißt wir sind jetzt ja gerade bei der pf sense die weiß ja eigentlich gar nicht sie kennt jetzt vielleicht nur schon mal diesen tunnel so langsam aber die kennt nicht das netzwerk hinter unserer pf sense dafür müssen wir ein routing einrichten und das müssen wir bei der pf sense halt eben auch noch händisch machen das ist halt da so als allererstes brauchen wir dafür ein gateway das fügen wir hinzu da sagen wir das interface ist das wire guard interface v4 sagen auch wieder wg to fritz oder sowas und das gateway ist im endeffekt unser entfernter punkt den wir erreichen können und das ist gleich die ip-adresse von unserer fritz box im wire guard tunnel das ist ja unsere erste ip-adresse die wir erreichen können also 10.100 punkt 1.2 steht da sogar gerade eben die 2 bekommt ja gleich die fritz box zugewiesen und das ist ja da in dem tunnelnetzwerk ich mache noch mal das bild auf im tunnelnetzwerk die ip-adresse von der fritz box das heißt das ist unser gateway wenn wir in ein entferntes netzwerk kommunizieren wollen gut geht bei hinzugefügt wir können ja einfach sagen save apply changes und müssen jetzt letztendlich noch die route hinzufügen bevor wir jetzt dann wirklich fertig sind also route destination netzwerk ich kenne ja meine fritz box hier meine fritz box hat 188 punkt 0 als netzwerk in der regel wenn ihr jetzt alles default und standard habt habt ihr meistens 100 178 glaube ich ich meine 178 also in meinem fall aber 188 und dann wähle ich hier aus natürlich wg to fritz und das ist nachher meine interface beziehungsweise mein gateway was ich halt eben auf der fritz box haben und damit habe ich dann auch mein netzwerk soweit fertig konfiguriert dass ich auch selber weiß alles klar wo gehen die pakete hin und wo gehen die pakete lang wenn ich halt eben zu meiner fritz box will jetzt sind wir am punkt angekommen dass wir unserer fritz box ich habe sie jetzt gerade schon mal hier hergestellt und habe sie auch wirklich mit dem internet verbunden angekommen dass wir jetzt der fritz box diese ganze thematik die wir jetzt gerade auf der pf sense eingestellt haben einfach mal alles beibringen ich habe dafür eine zumindest meine beispiel konfiguration sowie einfach damit ihr seht wie so eine konfiguration aussieht einfach mal erstellt und habe sie jetzt einfach mal hier ins interface reingepackt wir gehen da jetzt aber trotzdem eins zu eins nach und nach ganz normal durch gut wir drücken hier einfach mal in dem bayern hat klein bei mir auf dem pc ich gehe noch gar nicht erst auf die fritz box weil die kann sowieso nichts sag ich ja einfach mal einen leeren tunnel hinzufügen dann erstellt ihr euch hier wirklich ein ganz normal leeren tunnel wo euer private key drin steht und wo er öffentlicher schlüssel drin steht wir sagen jetzt hier wg cloud so nennen wir das ganze jetzt einfach mal ihr seht jetzt das ist das wissen das doofe daran dass sie hier keine vorgaben macht in dieser konfiguration dass wir das halt eben alles leider gottes selber machen müssen und das machen wir jetzt auch einfach indem wir das ganze jetzt hier rüber kopieren wir sagen jetzt einfach address das haben wir eben schon mal definiert dem sein tunnelnetzwerk ist oder tunnelnetzwerk ip-adresse ist die 1.2 dann ein dns server das ist ja der dns server oder die ip-adresse nachher die die maschine selber haben soll die pf sense selber haben soll und dann kommt es jetzt schon zum pier das kopieren wir uns jetzt einfach mal komplett und dann passen wir diese thematiken da an und ich gehe einmal mit euch da durch ich weiß es ist sehr klein ich kriege das fenster aber nicht größer also hier public das ist der key von unserer pf sense das heißt wir gehen hier auf war ja gehen hier in den tunnel rein sagen einfach mal editieren und haben da den public den können wir uns kopieren dann gehen wir hier in die konfiguration rein und schmeißen den dort einfach rein andersrum können wir das gleiche jetzt auch schon mal machen das hier ist ja jetzt euer öffentlicher schlüssel den wir auch gleich der fritz box hier geben werden der gehen wir jetzt ja gleich einfach die konfiguration das heißt öffentlicher schlüssel den können wir jetzt schon mal einfügen haben wir jetzt bekommen also hier wir sagen hier at pier sagen zu unserem fritz box vp in tunnel sagen hier jetzt fritz box box mein gott ich habe dicke der finger fritz box ein type leifers oder standard 25 und sagen public wer ein bisschen mehr sicherheit will kann auch im bricht hinterlegen lassen wir jetzt einfach sein laut ip adress ist jetzt kommen wir zu einem wichtigen punkt ich glaube ich habe es in vielen videos schon mal ein paar mal erklärt aber jetzt hier in dem video auch wir müssen immer in dem tunnel die netzwerke freigeben die über diesen tunnel kommunizieren dürfen in unserem fall jetzt zwei stück das tunnel netzwerk zehn punkt 100 punkt 1.0 24 und zehn punkt 100 punkt 0.0 24 sind wir schlau sind wir wir haben ja eben noch hier in diesem hetzner cloud netzwerk definiert das netzwerk lautet zehn punkt 100 punkt 0.0 16 das machen wir jetzt auch einfach weil das beinhaltet ja beide netzwerke die wir benutzen wollen und da wir jetzt ja einfach sagen wollen alles klar kommen wir geben einfach alles frei über dieses tunnel netzwerk tragen wir hier einfach ein zehn punkt 100 punkt 0.0 16 und damit sind wir auf der seite dass zumindest jegliche interface und netzwerke die wir alles in unseren cloud netzwerk haben darüber schon mal kommunizieren darf also save peer apply changes und damit ist der peer vollkommen eingerichtet gehen wir zurück zu unserer konfiguration da fehlen ja noch zwei drei sachen also auch hier dasselbe laut ip adress ist packen wir einfach auf 10 100 0 16 damit haben wir alles erstmal soweit abgedeckt jetzt kommt als nächstes unser endpoint wir brauchen die ip-adresse ganz einfach kopieren wir uns war ja klein tier wieder aufmachen und dann ip-adresse einfügen zack persistent keep alive 25 und unsere konfiguration ist jetzt soweit erstmal erledigt also private key haben wir address haben wir dns haben wir public key haben wir load ip haben wir endpoint haben wir persistent keep alive haben wir und wir sagen einfach mal speichern und damit ist unsere wire guard to cloud konfiguration fertig ich klick mal auf aktivieren und dann gucken wir einfach mal was passiert das ist nur eine kleine vergleichsprobe weil immer noch hier sehen wenn ich wirklich viel drin das ist so ein bisschen das problem deswegen mache ich jetzt hier mit euch gemeinsam einmal über mein windows klein da können wir wenigstens etwas sehen und was ist jetzt das was wir da sehen können was wir da sehen können ist einfach wir sehen dass hier zumindest auch ein paar daten hin und her flitzen und wenn ihr schon irgendwo sehen solltet ihr empfangt keine daten wenn da hier wirklich steht null kilobyte oder null byte dann ist irgendwas nicht richtig aber wenn ihr wirklich auf senden und empfangen zumindest ein paar paar daten flitzen dann heißt das schon mal daumen hoch ihr habt irgendwie meine anleitung die ich hier wirklich jetzt auf einfach mache irgendwie gut befolgt und irgendwas hat funktioniert können wir auch in der pf sense kontrollieren einfach unter status und da sehen wir auch meine verbindung mit meiner ip-adresse mit meinem client ist da und hier sehen wir auch dasselbe recif stehen ein paar pakete drin und immer wenn wir unter recif verstehen hat irgendetwas schon mal gut funktioniert wir sind ja immer ein paar freunde von wir müssen ausprobieren wir müssen testen ich mache hier einfach mal bei mir ein cmd fenster auf und wir kennen ja unser tunnel netzwerk machen wir einfach mal ping 10.100.1.2 bin ich ist mein pc seht ihr auch ist eine ganz weniger oder weniger als um eine millisekunde und jetzt machen wir mal eine 1.1 draus und da seht ihr jetzt schon 16 17 18 17 millisekunden das heißt diese verbindung geht jetzt wirklich schon raus über das internet über den viaga tunnel kurz zur erklärung zum bildchen das heißt wir kommen jetzt schon von meinem pc der hier unten der hier unten der hinter dieser fritz box hängt kommen wir jetzt schon durch die fritz box durch durch den zeit-to-side vpn-tunnel auf die pf sense auf das interface von meinem beyer guard das heißt das hier funktioniert jetzt schon mal gut tschuldigung habe die fritz box gar nicht dazwischen mein pc geht jetzt direkt übers internet fritz box kommt jetzt gleich so das heißt also wir wissen die konfiguration funktioniert jetzt soweit wir gehen also in unseren war ja gar klein ich sage jetzt hier einfach deaktivieren mache jetzt noch mal diese konfiguration hier irgendwie auf hier kommt man irgendwo sagen bearbeiten da bearbeiten und wird jetzt hingehen steuerung a steuerung c nimm jetzt hier meine konfig datei die ich hier erstellt habe heißt einfach nur tu hetzner punkt txt völlig egal was drin steht und sagt einfach speichern damit habe ich das ganze zeug jetzt einfach mal in der text datei drin ihr könnt auch sein punkt ist egal und wir öffnen unsere fritz box und können dort dann jetzt die konfiguration einfach einspielen ich habe es ja schon ein paar mal gesagt die kiste ist halt ja die kann es aber man kann halt nichts editieren konfigurieren um modeln so wirklich es ist halt ein bisschen ätzend deswegen zeige ich euch den weg wie es halt eben direkt über den pc geht ist dann ein bisschen einfacher ich meine vpn finden wir über freigaben genau dann haben wir oben den reiter vpn wireguard verbindung hinzufügen und sagen jetzt folgendes erster punkt ist natürlich wenn ihr mit dem handy euch verbinden wollen wollen wir nicht wir wollen eine benutzerdefinierte einrichtung vpn tunnel weiter wurde diese war gerade verbindung bereits auf der gegenstelle erstellt ja haben wir ja extra gemacht weil du blöde fritz box zu dusselig bis halt eben ein paar informationen in schönen anzunehmen kannst du leider nicht deswegen müssen wir dir das ganze so gehen hier sagen wir jetzt wg-to-cloud ganz einfach und sagen in der datei auswählen du hetzner unsere datei die wir gerade eben erstellt haben und packen sie einfach rein jetzt gibt es hier drei menüpunkte vielleicht für den einen oder anderen sogar interessant gesamten netzwerkverkehr über die vpn verbindung senden heißt wirklich wir würden unseren jeglichen traffic den wir auf der fritz box oder generieren will ich nicht sagen aber ankommt von unseren clients führen wir über den vpn tunnel jagen zur pf sense und von da aus ins internet das ist also nichts anderes als wirklich ein komplettes site to vpn oder du zu einer vpn-zeit und raus im internet das was eure vpn provider machen wie sie nicht alle heißen proton surfshark nordvpn tralala könntet ihr hier so jetzt quasi wirklich einfach mal einfach gesagt selber bauen zurück zur fritz box fritz box einfach mal reingucken wg cloud haben wir haben wir net bios für euch uninteressant und hier nur bestimmte geräte im heimnetzwerk sollen über diese wireguard verbindung erreichbar sein das heißt ihr könntet sagen nur das gerät nur das gerät und nur das gerät soll halt eben kommunizieren sollen halt eben kommunizieren über diesen vpn tunnel alle anderen ignorieren das ganze erstmal wir sagen jetzt einfach alles aus hier brauchen wir nicht wir wollen einfach das alles kommuniziert aber bitte nicht mein internet das wäre irgendwie doof und nicht langsam aber man wird halt eben merken dort wir drücken einfach fertigstellen und dann geht er jetzt wirklich hin überprüft das ganze will jetzt einen tastenklick von mir haben oder dieses komische mit telefon irgendwas eingeben das ganze dauert jetzt auch ein paar sekunden bis er wirklich die konfiguration übernommen hat dann dauert es wieder ein paar sekunden bis der dann überhaupt erst mal dann geschnallert hat dass der überhaupt eine verbindung herstellen soll und das ist jetzt auch das wichtige dabei ihr kennt das selber mit eurem blöden wechselnden ip-adressen hier zu hause mit unserem dsl da wir ihm jetzt die konfiguration untergejubelt haben mit der festen ip-adresse von der pf sense kann die sich jetzt ja auch immer verbinden war ja gerade ist ja erst mal egal ob sich die kiste in die cloud verbindet oder ob die cloud sich hierhin verbindet das ist bei wireguard ja erst mal völlig wurst und deswegen gehen wir jetzt hin und sind so ein bisschen schlau und denken mit und sagen das ding hier was der wechsel wechselnde ip-adresse hat wohl möglich verbindet sich einfach bei uns in der cloud und dann haben wir eben die verbindung in diese richtung zumindest aufgebaut der ist da immer noch am laden ich warte einfach mal eine sekunde na sie war einer an drei jahre später hat die kiste doch auch mal alles gemacht nachdem ich einfach mal selber mal f5 gedrückt habe gerade eben hat das sogar die verbindung schon hergestellt irgendwie war die webseite davon der oder interface von der fritzbox irgendwie hängen geblieben keine ahnung aber wenn wir hier ein grünes böbelchen haben ist das schon mal ein grünes zeichen was habe ich euch eben noch gesagt wie kann man es gut kontrollieren auf der fritzbox kann ich nichts kontrollieren da kann ich nur sehen ich sehe gerade ein grünes böbelchen was auch immer war dann grüne böbelchen heißt aber ich kann ja auf der pf sense gucken und hier im status werden wir aktualisieren kann ich mal reingucken und auch da sehe ich jetzt wieder receive das heißt es kommt was antics kann ich ja ich kann ja alles raus posaunen ins internet aber bei receive kommt irgendwas an und jetzt kommt der erste kleine point wo wir das erste mal kontrollieren können kann unsere kiste jetzt hier mit der pf sense sprechen oder halt eben nicht und das machen wir jetzt einfach mal auf der pf sense indem wir hingehen und sagen ping und wir pingen jetzt einfach mal die 10.100 1.2 an was ja unsere fritzbox ist wir drücken auf ping nicht wundern da dauert 34 sekunden hat er schon und da sehen wir schon der ping kommt an 15 millisekunden 16 millisekunden 15 millisekunden das heißt unsere pings kommen halt eben über den tunnel an und kommen auch auf der pf sense an und damit haben wir zumindest die side to side vpn verbindung schon mal so weit stehen eine sache hatte ich nämlich noch eben vergessen das ist mir eben eingefallen das wollte ich euch aber natürlich auch explizit noch zeigen ich habe mich eine kleinigkeit eben vergessen zu sagen unter vpn und war ja gut hatte ich vorhin eingestellt welche netzwerke dürfen denn dort kommunizieren da habe ich ein netzwerk vergessen oder welche in welche netzwerke darf ich denn überhaupt über diesen tunnel rein kommunizieren da habe ich jetzt nur unser cloud netzwerk eben hinzugefügt ich muss natürlich auch noch das entfernte netzwerk was hinter der fritzbox ist hinzufügen in meinem falle ja die diese 188 adresse also 1921 68 188 punkt 0 24 darf ich über diesen tunnel auch noch drüber prügeln weil ansonsten ja komme ich daher einfach nicht hin der tunnel sagt vorne schon dann ist nicht feierabend dieses netzwerk darf nicht über den tunnel irgendwie darüber kommunizieren und das wäre natürlich gänzlich schlecht wenn ich halt eben diese pakete irgendwie verlieren würde und das ist jetzt auch so ein bisschen der kleine abschluss bevor wir beim nächsten mal weitermachen dass ich jetzt einfach mal hingehe und sage ich versuche jetzt wirklich mal das netzwerk interface von meiner fritzbox zu erreichen das heißt das ist ja schon ein step weiter das ist zwar noch in der fritzbox aber das ist zumindest schon mal das standard gateway für meine geräte in meinem netzwerk das heißt wir gehen ja einfach mal hin sagen ping 1921 68 188 punkt 1 wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe ich habe es gerade nicht getestet sollten wir eine antwort bekommen ich drücke auf play mal gucken was passiert so ein glück wir haben eine antwort bekommen 16 millisekunden 15 millisekunden das heißt wir sind jetzt sogar schon einen step weiter von unserer gesammelten kommunikation heißt auch frei übersetzt wir kommen jetzt von wo ist meine zeichnung von der pf sense aus quer über den vaga tunnel nicht nur bis zu unserem vaga interface sondern wir kommen sogar bis zu unserem gateway schon hier unten wo unsere geräte drauf sind das heißt der komplette tunnel steht jetzt gerade und genau da bleiben wir jetzt auch so weit stehen das heißt unser tunnel steht wir werden jetzt demnächst oder in dem nächsten video wenn wir dann jetzt weitergehen dass wir jetzt unser netzwerk gerät hier hinter noch konfigurieren das ist ja nicht schlimm es ist ja nur dran stecken und das läuft routing technischen müsstet ihr vielleicht was nachgucken in meinem fall auf jeden fall in eurem falle wahrscheinlich eher nicht und dann hängen aber auch schon im selben video direkt hinten dran so wie jetzt hier steht einfach mal einen dienst einfach mal einen server wo wir dann sehen können alles klar wir kommen wirklich von unserem endgerät pc handy was auch immer handy was im fritz box netzwerk drin ist kommen wir halt eben in das komplette cloud netzwerk rein das heißt wir haben wirklich eine aktive side to side verbindung die haben wir zwar jetzt schon die wird auch jetzt schon funktionieren aber es sind trotzdem zwei drei sachen wo man noch darauf achten muss aber einstellen müsst ihr eigentlich soweit nichts mehr denn das haben wir jetzt alles in diesem video gemacht so ich hoffe der video hat euch gefallen lasst einen daumen hoch da und denkt dran hier unten ist ein schönen code könnt ihr benutzen macht's gut und dann kommt ihr auf jeden Fall tschüss 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 Vielen Dank.